und dann Richtung Italien nach Sizilien, Lampedusa, Malta. In diesem Bereich ist natürlich auch ein langer Weg, also mehrere hundert Kilometer sozusagen zu überwinden mit Booten und von daher besonders gefährlich schon mal. Und dann aber eben auch so, dass die Maßnahmen, die Kontrollmaßnahmen eben immer schärfer werden, dass es den Versuch immer wieder, die Menschen schon, die Boatpeople schon in den Küstenregionen gleich anfangen. Das, wie wir immer wieder erleben, das, was man left to die nennt, also sterben lassen. Sprich, es wurden durchaus mitbekommen, SOS-Rufe oder dass dort Leute unterwegs sind und dass die auch manövend unfähig sind. Und trotzdem wurde gar nicht oder viel verspätet erst reagiert und gerettet und das sozusagen ja auch als eine Abschreckungsmaßnahme gewertet werden muss. Also in dieser Region, da hat Frontex im Hintergrund jedenfalls immer mitgewirkt. Die jeweilige Verantwortlichkeit liegt nach wie vor bei den Nationalstaaten, in diesem Fall dann vor allem bei der italienischen und bei den maltesischen Grenzbehörden oder Grenztruppen. Aber Frontex ist hier überall in dauerhaften Operationen mit involviert und moderiert die Geschichte auch. Die Situation ist, wie gesagt, ein Stück anders, als wie sie sich zum Beispiel in der Ägäis darstellt. Und da war es sowieso so, dass wir in den letzten Jahren Überquerungen über See abgenommen hatten und meisten Migranten versucht hatten, sehr oft erfolgreich versucht hatten, über den Landweg zu gehen, also den türkisch-griechischen Landweg in die sogenannte Efros-Region. Das ist der Grenzfluss dort, wo auch immer wieder Menschen dann ertrunken sind, aber wo die Menschen erst mal nicht auf Boden waren. Und nachdem das jetzt im letzten Herbst massiv abgeriegelt wurde, unter anderem durch Frontex, technologisch verstärkt, auch personell verstärkt, dort wirklich Tausende von Grenzpolizisten im Einsatz sind und versuchen, die Menschen aufzuhalten, sofort zurückzuschieben in die Türkei, sind jetzt seit letztem Herbst auch, ist auch der Seeweg wieder eine Route, eine Flüchtlingsroute. Das heißt, es kommen wieder Leute, wie damals schon 2008, 2009, dass der Fall war, zunehmend Menschen mit kleinen Booten von der türkischen Küche auf die Ägäischen Inseln, also auf Lesbos, auf Chios, auf diese Inseln an. Da erleben wir gerade zunehmend wieder sogenannte Pushbacks, illegale Pushbacks, also Rückschiebungen, die ja eigentlich auch, wenn man nur die Flüchtlingskonvention zum Maßstab nimmt, völlig rechtswidrig sind. Also Menschen, die mit Booten kommen, dann wieder zurück aufs Offene zu ziehen oder in die türkischen Gewässer zurückzuziehen, sie mit teilweise Schusswaffeneinsatz, also in die Luft, erst mal abzuschrecken. Und das ist also auch alles, was in dem Fall der griechische Grenzschutz zu verantworten hat. Aber was mit moderiert wird, unterstützt wird durch Frontex, die da im Dauereinsatz sind mit einem eigenen Boot, mit einem eigenen, mit Hightech ausgerüsteten Auto, das auf dem Land entfährt und versucht, von Land aus sozusagen Flüchtlingsboote zu sichten, um diese noch rechtzeitig wieder zurückzuschicken. Also die Situationen sind unterschiedlich, aber überall dort ist Frontex, wie gesagt, beteiligt, diese Grenze immer dichter zu machen, es den Menschen immer schwieriger zu machen. Damit heißt es ja, immer gefährlicher zu machen, damit auch dazu beizutragen, dass dort verstärkt Menschen sterben. Du hast jetzt mit der Landgrenze am Efros schon ein Einsatzgebiet genannt, bei dem sich Frontex jetzt gerade in jüngerer Zeit verstärkt engagiert. Gibt es noch andere solche geografischen Regionen, wo Frontex sich jetzt neu ausbreitet? Sie haben schon immer auch kleinere Einsätze, natürlich im Osten, hier an der ungarisch-slowakisch-ukrainischen Grenze. Allerdings ein Gebiet, wo sich die Zahlen in den zwei, drei Jahren auch massiv verringert haben, auch im Vergleich, also jetzt hier gerade zu Türkei, Griechenland. Und da ist schon kein Zufall, dass es stattdessen einfach die Grenze, wo die meisten sogenannten illegalen Grenzen betritte stattfinden. Aber sie ist natürlich auch in Marokko aktiv, an der Straße von Gibraltar aktiv, jetzt wie gesagt auch wieder eher die Seegrenze. Und was noch wichtig ist zu betonen, dass Frontex eine immer stärkere Rolle dabei bekommt, Charterabschiebungen zu organisieren. Also nochmal ein Aspekt, der jenseits der direkten Außengrenzenabwehr liegt. Das ist zum Beispiel auch in Griechenland so, dass Frontex da für die griechische Regierung quasi durch die Papiere zu organisieren, das Greening, so nennen sie das, zu machen, also die Menschen zu identifizieren, für sie Papiere zu besorgen, die Abschiebe fähig zu machen und dann auch diese Abschiebecharter selbst auch zu organisieren. Wie weit geht denn Frontex in den Süden von jenseits der europäischen Grenzen, um Flüchtlinge schon in den Ländern, aus denen sie ausreisen, abzufangen? Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, denn diese Externalisierung, diese Vorverlagerung des Grenzregierens endet ja, wie gesagt, nicht nur an der griechischen oder der slowakischen oder der spanischen Grenze, sondern ist in der Tat das Konzept, eine Art Wachhund-Regime rund um Europa aufzubauen und die Anrainerstaaten, die Nachbarländer der EU, möglichst weitgehend einzubinden. Das war ja schon der Fall mit EU-Gelnden auch in Libyen und Tunesien unter Gaddafi und Ben Ali. Aber das sind natürlich permanent die Versuche, das zu reetablieren oder auf neuer Ebene aufzubauen und wo Frontex sich zumindest bemüht, dort entsprechende Stellen auch zu schaffen. Liaison-Beamte heißt das, als Verbindungsbeamte dorthin zu schieben, um dann die entsprechenden Ministerien zu beraten oder dort zu Kooperationen zu kommen, das ihnen ermöglicht, dort schon Zugriff auf Daten, auf Untersuchungen zu Fluchtbewegungen zu kommen, aber auch die Regierung dort zu unterstützen, das Grenzregime noch weiter nach Süden zu verlagern, also sprich in Richtung der Wüsten, in Richtung der Routen, die dann durch die Sahara gehen. Und im Moment in Tunesien, in Libyen, soweit mir das bekannt ist, es gibt Verträge, es gibt erste Abmachungen, die aber in der Umsetzung offensichtlich noch sehr zu wünschen übrig lassen. Auch den Hintergrund, dass diese Regime, zum Beispiel in Tunesien, längst nicht diese Stabilität haben. Die sind auch massiv unter Druck von der Bevölkerung, von vielen Angehörigen, die ja Both People, also die ja Angehörige verloren haben oder vermissen. Es ist ein großes Thema eben in dem Land. Es ist nicht so einfach jetzt offensiv sich aufzurüßt, erneut sozusagen gegen Migrantinnen Front zu machen. Von daher sind das sehr verschwiegene Abmachungen, die ja ablaufen und wo sich Frontex bemüht. Ähnlich in der Türkei, wo es natürlich ein großes Interesse gibt, dort mit der Regierung zusammenzuarbeiten und möglichst frühzeitig dort auch schon die Fluchtbewegungen zu unterbrechen oder zu stören. Aber eben das Problem, dass es ja in diesen ganzen Verhandlungen der EU-Mitgliedschaft immer wieder Rückschläge gibt oder auch nicht wirklich das gewünscht wird und von daher die türkische Regierung auch immer wieder sagt, na dann sehen Sie auch keine Veranlassung da so zu kooperieren, wie das gewünscht wird. Vielleicht noch ein Aspekt, das große Projekt, das Frontex ja maßgeblich mitbetreibt, das Eurosur, European Surveillance, also Überwachungssystem, eine sozusagen Vernetzkoordinierung, Anpassung, Harmonisierung der ganzen Grenzüberwachungsregime an den ganzen Außengrenzen. Das sozusagen mit extremen Hochtechnologie, militarisierter Technologie, mit Drohnen, mit Satelliten, sozusagen dort die ganzen Grenzen zu scannen und darüber auch wiederum Nachbarstaaten, die Regierung der Nachbarstaaten an diesen Projekten zu beteiligen und neuen Fuß sozusagen reinzubekommen, um das zu schaffen, nämlich einen neuen Ring von Watchdog-Regime, sagen wir also, Wachhundregierungen dort zu installieren. Na ja, Frontex hat schon in den letzten Jahren ein Reputationsproblem bekommen. Das ist allein daran zu merken, wie Sie sich selber darstellen, dass Sie da offensichtlich merken, dass Sie da Fehler gemacht haben. Denn noch vor einigen Jahren haben Sie sehr oft die militarisierte Grenzabwehr gegenüber Flüchtlinge und Migrantinnen vertreten. Wer sich heute Werbefilme von Frontex anguckt, wird überrascht sein, dass Sie sich mehr oder weniger als Rettungsorganisation verkaufen, also die sozusagen Flüchtlinge auf See retten und Decken verteilen. Und das hat damit zu tun, dass doch in den letzten Jahren, auch vor allem hier in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern, der Ruf von Frontex sehr schlecht geworden ist und schon klar ist, sie gelten für den Teil der europäischen Migrationspolitik, der wirklich in brutalster Art und Weise agiert und mitverantwortlich ist für das Sterben, für Menschenrechtsverletzungen an den Außengrenzen. Und da haben Sie schon gemerkt, dass Sie dagegen steuern müssen und haben entsprechend einen mittlerweile eigenen Menschenrechtsbeauftragten eingerichtet und sind immer bemüht, jetzt das auch vor sich herzutragen, dass sich ja an alle Flüchtlingskonventionen, an alles halten würden. Ob, wie sich das in der Praxis auswirkt, sei mal dahingestellt. Ich glaube, Sie können sich im Moment nicht erlauben, unmittelbar zum Beispiel bei illegalen Pushbacks oder, ja, wie gesagt, diese Form von Rückschiebung, unmittelbar selbst aktiv zu sein. Aber wie gesagt, Sie moderieren es nach wie vor, Sie dulden es nach wie vor. Man hat noch nie erlebt, dass Frontex sich mal irgendwo beschwertete über einen Einsatz, den Sie da mitbekommen hätten. Also Sie tragen das mit, Sie werten das aus. Sie bieten ja die Unterstützung durch das technologische Equipment, das Sie den Grenzpolizeien überlassen. Sie müssen schon damit umgehen, denn auf Dauer wäre es für Sie schon ein Problem, wenn Sie als die sozusagen Organisation dastehen, die permanent Menschenrechte verletzt und verantwortlich ist dafür das Sterben. Von daher, also sehen wir da im Moment schon so ein Gegensteuern. Und wie gesagt, müssen wir auch berücksichtigen bei weiteren Aktivitäten und Kampagnen gegen Frontex, dass sie sozusagen mit einem neuen Menschenrechtsdiskurs sozusagen auftreten mittlerweile. Das braucht also wahrscheinlich auch eine subtilere Gegenargumentation. Eine Initiative, die sich im vergangenen Jahr öffentlichkeitswirksam gegen die Aktivitäten von Frontex gewandt hat, ist Boats for People, die den Flüchtlingen im Mittelmeer sozusagen entgegenkam, von Italien Richtung Tunesien. Was hat diese Tour bewirkt? Ja, das war der Versuch vor dem Hintergrund des massiven Sterbens in dieser Region, also diesem zentralen Mittelmeer, in dieser Straße von Sizilien, erstmal symbolisch ein Zeichen zu setzen, dass wir das so nicht hinnehmen wollen, dass wir das intensiver beobachten, beobachten wollen. Und von daher ist sozusagen dieses Boot die Strecke entgegen der Fluchtrouten gefahren und hat dort jeweils an Orten, jetzt in Sizilien, in Tunesien, in Lampedusa, das Problem der Boat People, der Behandlung, das Left-to-Die, das Sterbenlassen, die Kontrollen zu thematisieren mit verschiedenen Aktionsformen, Kundgebungen, mit Gedenkveranstaltungen, mit Pressekonferenzen, mit kleineren öffentlichen Aktionen, Interventionen. Es war aber eine sehr symbolische Tour geblieben erstmal, die aber auch dazu dienen sollte, neue Kontakte, vor allem in Tunesien, mit der dort seit 2011 doch sehr aufflühenden Menschenrechtsszenerie aufzunehmen, also dort insbesondere mit den Gruppen der Angehörigen, also die ihre Angehörigen vermissen, die sich dort in Komitees zusammengeschlossen haben. Dort also neue Partner auch zu finden, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen wir ein Netzwerk aufbauen wollen, aufbauen müssen, von beiden Seiten des Mittelmeeres gegen dieses Grenzregime. Und aus dem Projekt Boats for People hat sich jetzt ein Folgeprojekt, ein praktischeres Folgeprojekt entwickelt, das WatchCemite heißt, also Watch the Mediterranean ausgesprochen, eine Art Monitoring-Projekt, ein Kartenprojekt, wo versucht wird, sehr genau zu rekonstruieren, wie einzelne Unglücke, Schiffsunglücke jetzt sind, wer dort in welchem Einsatzbereich, in welchem Verantwortungsbereich stattfand, wer verantwortlich ist, ob da schon Schiffe vorbeigefahren sind, dann dazu beizutragen, auch Prozesse zu führen gegen die Verantwortlichen, die sozusagen die Menschen haben sterben lassen, nicht gerettet haben und unmittelbar auch klar zu machen, wir kontrollieren, wir überwachen sozusagen Kontrolleure und nehmen das nicht einfach so hin. Und das ist sozusagen das Projekt, so ein bisschen das Folgeprojekt Boats for People. Jetzt ist es ein konkretes Projekt, das dann auch nicht nur auf einer öffentlichen Ebene, sondern auch auf einer juristischen Ebene mithelfen will, dieses Sterben hier an den Seegrenzen, die Menschenrechtsverletzung auf dem Meer zu thematisieren und anzugreifen. Und da arbeiten wir auch gerade intensiv weiter, wie gesagt, mit Aktiven auf allen Seiten des Mittelmeeres. Darum geht es gerade, das sozusagen jetzt weiterzuentwickeln. Die Vision ginge noch weiter, nämlich zu überlegen, kann man, solange dieses Visumsregime, das ja quasi verantwortlich ist dafür, dass Menschen in die Boote steigen müssen, weil sie keine andere Chancen haben, solange es dieses Visumsregime absehbar noch gibt, zu überlegen, kann man diese Seewege, also diese Bootsreisen irgendwie sicherer machen, kann man eigene andere Kommunikationswege schaffen, damit ein SOS, das gesendet wird, auch gleich sozusagen zivilgesellschaftlich aufgegriffen wird und versucht wird, Druck zu machen, damit wirklich auch gerettet werden muss und damit dieses Left-to-Die ein Ende hat. Das sind zugegebenermaßen noch visionäre Vorstellungen von Watch the Met, aber in diese Richtung geht es, wenn wir uns eben jetzt bemühen, seit doch immerhin zweieinhalb Jahren dort Kontakte aufzubauen und eine transmediterranen Vernetzung sozusagen zu gucken, dass wir da gemeinsame Projekte entwickeln. Vielen Dank.